Die hierzu erwerbende gut gepflegte Einzimmer-Eckeschoss-Wohnung befindet sich in Großbehren. Die Immobilie wurde 1995 erbaut und wird über eine Ölzentralheizung beheizt. Die Wohnung verfügt über einen Balkon, ein Badezimmer, einen Keller und einen Außenparkplatz. Musik 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 Die Erdgeschoss-Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 35 Quadratmetern. Der Kaufpreis des Objekts beläuft sich auf 87.500 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung. Musik 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 Musik